so er hat den Kader das mit seinem Laptop Mikro aufgenommen Schlaue ja, das klingt wirklich so so bisschen Das kann sich auch auf dem Klubbisch Könnte ich auch, ne mache ich nicht, ich wollte gerade wieder irgendwelche Live Sessions machen So, ich renne grad hin und her wie so ein Ja, ich glaub diesen Baum hier, ne, den könnte ich auch mal fällen, ne Boah, der singt ja schrecklich, der Mann Der singt wie so ein alter Seemann Ja, aber auch nicht wirklich gerade, finde ich Naja Das ist ja authentisch So, ähm Weißt du, was ich jetzt mache? Ich werd mal zu den Kühen gehen und dem nochmal ein bisschen feuchtfröhlich durch die Gegend jagen Da freuen die sich Darauf haben die an Weihnachten Genau, das ist ein Weihnachts-Action Was war das denn jetzt? Ist das der Musikbot? Ne, das Lied wird wahrscheinlich gleich Krass, wie Ich glaub den Bahn, den Bahnsteig mache ich einen in den Boden gesetzt Also die Bahn gleise, oder? Mach was du willst Achso, das ist so ein, ja, ja, ja Das wirkt dann sehr real Was? Was? Ich verstehe schon real Ach stimmt, der ist da wirklich raus, der Channel Äh, der, der, der Dingens Ja, hab ich doch gesagt Gar nicht gehört Ein-Mod-Connected, willst du mich verarschen? Ich mach das hier wieder Probleme Use the summon command to get me in one Summon Join talk to the end And bound to musiktaxi Ach cool, ich wusste gar nicht, dass das geht So, gab er jetzt hier? Enqueue 400 Songs Jetzt ist er Roll, mega laut, scheiße Ja? Ja, das Geräusch und das war gerade mega laut Ich höre gerade wieder gar nichts, das geht mir oder sowas Aber ich höre die Musik-Bot auch gerade nicht falsch Okay Nothing, hä? Nothing playing in the server, bist du bescheuert? Jetzt, ah, aber ich skip direkt Was denn jetzt? Ich check's auch nicht gerade Und ist das laut gerade? Für mich ist das gerade jetzt noch mal laut, weil ich Musik immer zu richtig leiser hab Krass! Kelly Family Das ist das Lied, was damals zum Spendensammeln genutzt wurde Aber das Original ist bestimmt ein schöner Obwohl die Kelly Family sicherlich auch auch musikalisch ist Aber da ist das Was heißt das? Und alle zusammen! Oh, die ist noch eine Geräte der Freude, oder? Oh, die schafft Alle die Schafe, das hieß Action bei den Schafen Wie laut das gerade ist Haben die gerade ein großes... Ja, die sind noch mal razón Äh, wie die ist hart Fickst du? Fickst du? Aua! Das tat richtig wie in den Ohr. Jetzt! We are the born to make a better day in Synchronité! Oh, das ist so laut. Warum ist das so laut? Was sagst du? Okay, warte mal. Herbert, kannst du mal rumkommen jetzt wegen dem Bäumchen? Ah, ja, ha. Warte mal. Mach weiter, okay? Das ist echt laut. Auch wenn das Lied sehr schön ist. Ich würde das Original lieber hören. Mit Michael Jackson und Co. Was ist das für eine Scheiße jetzt? Ja, komm, egal. Jetzt regnet das schon wieder. Können wir schlafen? Nee, du gleich. Oh, C. Oh, ist so schön, einfach mal ein bisschen zu sitzen und zu spielen und zu quatschen. Ja, man hat nichts, man hat eigentlich keine Aufgaben. Du brauchst dich ja nichts zu kümmern. Das ist herrlich. Kümmern! Cool, wir gehen raus an Heinrich und Merlin. Auf jeden Fall. Die sagen auch alle China. Immer wenn es darum geht, dann sagen immer, dass ich sage, dass ich, dass alle Leute China sagen und Chemie und so. Weil ich das einmal irgendwo erwähnt habe. China, Mann. Ich geh heut mal zu China, Mann. Aber es ist, glaube ich, mehr noch im Südwesten. So, Baden-Württemberg und so. Aber China finde ich auch. Ja. Willst du mal bitte den Chat öffnen? Warte mal ganz kurz. Ich... Ich glaube, ähm... Ich mach heute mal eine Nachtschicht. Apropos Nachtschicht! Dankeschön! So. Oh, komm, ich mach jetzt mal kurz rüber zu dir. Ja! 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 Ja, geil! Oh, süß! Darf ich den Stab auch mal halten? Äh, nein. Wo bist du denn? Will auch mal halten! Hey, Reindeer. Ist geil, ne? Hast du eine rote Rüstung? Ne, die leucht... Ach, da wollte ich auch mal verzaubern, meine Rüstung. Das könnte ich gleich auch mal machen. Perfekt! Oh, wie ich es... Wie ich es ausgemessen habe! Wie ich es ausgemessen habe! Darf ich... Die Note haben? Ah, das bringt nichts. Ne, alles gut. Ne, das will ich gar nicht. Das Problem ist, jetzt habe ich keine Simplics mehr. Und ich brauche eigentlich nur diese. Ja, ich... Ich gebe halt welche suchen. Aber erst mal wieder auf den anderen Stab. Ja, wollen wir das zusammen machen, Herbert? Also, aber vielleicht nicht mal heute. Eine suchen gehen, können wir gerne machen. Aber nicht mal heute, oder? Ne. Dafür habe ich doch heute keine Nerven mehr. Also, ich glaube nämlich, wenn ich jetzt einen fälle... ...dass ich dann, ähm... ...dass wir wieder nur einen Zapling kriegen. Vielleicht kriegen wir auch gar keine. Ja, das ist wahrscheinlich... Das ist wirklich so. Du kriegst, glaube ich, wahrscheinlich nur einen pro... Das ist denn hier. Irgendwie so ein bisschen scheiße. Warte mal. Och, Leute! Aber es sieht schön aus. Ich habe gerade ein Problem. Problem? Ja. Und zwar... Oh, es sieht schön aus. Teil als deine Probleme mit dir oder? Oh, das könnte so geil werden! Das wird so geil, dieser Weg! Och, der Weg ist schon geil! Och, geil! Komm mal nach unten, Conor! Kannst du mal ganz kurz zu mir kommen? Oder hast du gerade... Ich komme mal nach... Nö, nö! Ich freue mich gerade! Ich komme mal rum, oder? Shit! Aber irgendwie scheint hier die, äh... ...ding so nicht ideal ausgeleuchtet zu sein, weil die spawnen immer noch Monster. Bärwölfe. I see, I see. Uh! Auf Zäulen! Ähm... Komm mal hier mit runter? Ja, ich... Oh, das ist so scheiße, ey. So... Was denn? Na, mit dem Chunk-Loading. Ich muss es immer mal wieder aktualisieren, damit ich das sehe, hier. Wo geht's jetzt hier runter? Ach, hier ist der A. Ja, wow. Das ist der Elevator. Ich sehe wieder gar nichts hier. Boah, sieht cool aus. Ist das hier die Schiene? Nee. Nein. Oh Gott. Ach, hier unten. Boah, Jonas! Das wird so gut aussehen! Oh, geil! Sieht das geil aus! Also, hier soll das Gleisbett entstehen sozusagen? Ja. Schick. Geil. Oh, da freue ich mich, wenn das fertig ist. Aber mich quält jetzt folgendes Problem. Denn... Guck mal nochmal hoch. Warte, ich gucke mal ganz kurz, ob das... Ich glaube, jetzt habe ich das Problem gerade beseitigt. Guck mal nochmal hoch. Warte, ich gucke mal ganz kurz, ob das... Ich glaube, jetzt habe ich das Problem gerade beseitigt. Guck mal hoch. Warte, ich gucke mal ganz kurz, ob das... Sehr schön. Warte. Kann man Zombiehirne essen? Äh, ja, ja. Aber ich glaube, es ist nicht sehr gesund. Ja. Gut. Ähm, also ich habe nämlich gerade hier so im Zimmer neben mir eine Bescheid. So, ähm... Was ist das hier? Warte, weil ich überlege, was... Das soll hier auch ein Gleis werden. Ja, okay. Ach so, sag ich doch. Aber jetzt hast du das Problem mit der Höhe, ne? Ja. Genau. Sag mal, wenn du hier einen nach unten gehst... Ne, das war ja auch ein Gleis. Der Kacke. Vielleicht musst du das einfach komplett einen hochsetzen, oder? Genau, mit zu schreien, Alter. Das ist ja traurig. Mach weiter. Oh, ne. Hast du das denn so ausgemessen, dass es schlimm wäre, wenn du alles einen nach oben setzt, oder wäre es einfach nur aufwendig? Ich habe mir gar nichts ausgemessen. Ja, dann sitzt doch einfach alles einen nach oben. Ja. Wow. Oh, das sieht... Oh ja, du machst hier halt kein Gleis hin. Warum... Also, warum solltest du? Mach doch hier einfach so einen Gang. Also, dass man hier wie so einen... Wie so einen U-Bahn-Tunnel hat, wo man dann... Also, ohne Bahn, meine ich. Also, so ein... Wo man halt langlaufen kann, und dann irgendwo oben rauskommt, theoretisch, meine ich jetzt. Aber soll ich dann trotzdem hier die hier liegen lassen? Ja, lass das. Ja, erstmal. Ja. Aber ich glaube... Ich würde das cooler finden, wenn man unten so mehrere Dinge hat. Und das... Also, das ist wie... Na, keine Ahnung, wie in Hamburg ist, dass du... Oben so eine... Wie heißt das da? Halle? Lagerhalle? Nee. Dingshalle. Da, wo die ganze Shops sind, dann hast du unten nebeneinander die ganzen Gleise. Das finde ich, glaube ich, fast cooler. Obwohl es... Ich weiß es nicht. Obwohl du wolltest es ja wie in Berlin haben. So mit mehreren Etagen, ne? Ja. Das war ja überhaupt... Ja, Auslöser. Ja, dann würde... Dann würde... Also, ich würde es dann so machen, in der Theorie, dass ich sozusagen eine Gleisebene habe, dann eine Ebene habe, wo nix ist, und dann eine Gleisebene habe. Die das beide verbindet. Weil sonst würde es, glaube ich, echt schwierig. Sonst hast du ja wirklich Probleme. Boah, ich bin so blöd. Ich habe gerade den Glowstone nicht mit der, ähm... Silk Touch speziell abgebaut. Ich mach mal ganz kurz hier den Glowstone aus. Wo ist denn hier eigentlich der, der Elevator eigentlich denn? Da. Da. Die auch? Ne. Scheiße, da habe ich mir nachguckt. Boah, es ist so schrecklich, dass das alles unsichtbar ist. Das macht mich echt irre. Ach, ist wieder unsichtbar? Ja. Ja, es ist so nervig. Es geht nicht an diesen Multicore? Nein, wenn ich dieses eine mal andrücke, dann geht's ganz... Sind die in der Nähe, sind dann wieder da. Upsala. Und der Rest nicht. Es ist schrecklich. Und es liegt vielleicht auch an Multicore. Wenn ich Multicore... Was ist das denn? Ausmache... Zumindest bin ich hier ja nicht so oft. Ich guck mal. No Playing. Céline Dion. Adest Fidelis. O come all your faithful. Disney Parks. Christmas Day. Keine Ahnung. Klingt wie eine Nationalhymne. Wie die Russen Nationalhymne. Ja, irgendwie... Irgendwie schon. Oh, ich weiß nicht. Irgendwie so eine Scheiße hier. Ist echt eine Nationalhymne gerade. Bist ein Russisch tatsächlich. So viel brauche ich dafür. Fuck. Das ist ja wirklich. Das ist... Ich glaub, das ist die DDR-Nationalhymne gerade. Oder die Sowjets. Ich glaub, die spielen auch Henry Grady immer ein. Das ist die gerade. Ist ja lustig. Ja, ist das nicht die Melodie von... Ähm. Ja? Teil uns sein Denken mit. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Oh, ich hab's... Ich glaub, ich würd... Ich glaub, ich würd ja auch langsam aufhören jetzt. nur noch... Ich hab's nicht gewonnen mit dem Lenden. Das tut uns allen... Das tut uns allen sehr leicht erweitern. Ja. Weil denn... ich kann das Blümchen vielleicht nochmal umsetzen na vorne, ne? Ich guck mal jetzt erst mal, wie die Schienen so aussehen. Wie es da auch in dem Bahnhof aussieht. Weil vielleicht könnte es sein, dass wir schon die ersten Schienen. Das wäre ja ziemlich cool, ja. Also dass da in die Grundschiene gelegt wird. Für den Beginn eines sehr kostenspieligen Parkprojekts. Was wahrscheinlich nie beendet wird. Aber wir können ja erst mal anfangen. Was heißt kostenspiele ich inwiefern? Naja, es dauert halt Zeitressourcentechnisch. Das ist halt, um den ganzen Stahl zu machen. Aber wenn das einmal funktioniert. Da könnte er ja mehrere Maschinen machen. Ich könnte ja auch mehrere Maschinen daran stellen und so. Aber mit dem Bahn gleich sieht das Ganze nochmal... Ich finde, hier fehlt noch irgendwas. Ich muss hier noch irgendwas hinmachen. Ist auch asymmetrisch zu dem Fenster da oben. Das ist auch nicht so geil, aber egal. Aber es ist immer in der Mitte von dem Haus. Ich glaube, ich stelle mich jetzt hier hin. Oh, es sieht so cool aus mit dem weißen Weg und den blauen Bäumen. Jonah, willst du nicht mal zu mir nochmal umkommen? Zum Abschluss. Also es ist jetzt nicht so viel passiert hier, aber... Dass ich dir mal zeigen kann, was ich jetzt vorhabe so die nächsten Male. Ach, du hast endlich mal die Invasion gestartet. Was? Invasion? Na, der blauen Bäume gegen die... Ach nee, nee, das... Nee, das ist was anderes, Jonah. Das übernehmen ja die Blumen. Bist du das da oben oder ist das Herbert? Ja, stimmt. Aber ich wusste nicht die Blumen. Das ist eine. Das ist eine, die immer wieder abgesetzt wird, weil es sonst zu lange dauert. Aua. Ah nein, jetzt kommen sie, sie kommt. Guck mal, mein Plan ist, wie du sicherlich hier siehst, ist ein Weg, der in diesen Wald hineingeht. Sehr gerade, das soll aber auch so. Und dann will ich hier vorne vielleicht so einen kleinen Faumcraft-Tempel bauen. Mal gucken, ob ich so was hinkriege. Und ich werde dazu diese Liederbiome hier ein bisschen zurücktreiben, aber nicht komplett. Ähm, und dieser ganze Weg soll von diesen Silverwood-Trees gespickt sein. Ähm, und dann werde ich irgendwie so einen weißen Tempel bauen. Ich glaube, das könnte sehr cool werden. Die Frage, ich hab... Also ich kann meine Sachen dann auch nicht machen, die ich machen möchte. Deswegen, glaube ich, werde ich jetzt auf jeden Fall aufhören. Okay. Ich hab leider nicht... Schade! Klingt mein Handy schon wieder? Ja. Ich geh mal ganz kurz ran zum Abschluss. Warte. Nee, ach egal. So lange kann mein Management auch noch warten jetzt, die 30 Sekunden. Ähm, okay, das geht hier alles voran. Gut, dann... Schade, schade. Stell ich mich jetzt hier hin. Und dann... Ja, war's erst so bis hierhin. Ich wünsche nochmal nachträglich frohe Weihnachten. Ich kann ja schon fast frohes Neues wünschen. Ähm... Ich glaube, kann das sogar sein? Welche haben wir heute? Nee, frohes Neues kann ich noch nicht wünschen. Ja, ich sag aber trotzdem danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann. Wahrscheinlich bei der Frottproduktion, die wir heute wieder geleistet haben. Kommt das sogar direkt morgen raus. Und dann bis dahin, haut rein. Tschüss, ich kaufski. Warte, Jona. Und... Tschau. Tschüss. Tschau.